Hi Leute! Ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid geben, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich bin ja gerade in Frankreich unterwegs und wir waren jetzt die erste Zeit hier bei einer Gastfamilie im Haus. Und jetzt werden wir dann zwei Wochen in die Berge gehen. Genau, wenn wir mit dem Zug hinfahren. Freunde haben da ein Ferienhaus und da werden wir an zwei Wochen sein. Und da ist es eben auch so, dass ich kein Internet haben werde. Deswegen wundert euch nicht, wenn die nächsten zwei Wochen, wenn ich da keine Nachrichten beantworten kann, keine Kommentare schreiben kann. Ich habe ein paar Videos geplant, also geht ganz normal für euch weiter. Ich habe schon ein paar Videos hier gemacht. Und ja genau, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, ich habe einfach eine automatisierte Antwort für euch eingerichtet, damit ihr Bescheid wisst, bis wann ich weg bin. Genau, und ja. Und auch sonst, wer sich noch für einen Retreat anmelden wollte, jetzt zum Frühbucherpreis, eben noch bis 20. Juni. Genau, noch sind ein paar Flätze frei für den Sommerretreat in Österreich, in den Bergen. Da zählt einfach, wenn ihr eine Mail schreibt, das Datum zählt dann. Ja, wenn ihr mir die Mail schreibt, dann reicht es. Auch wenn ich da vorher jetzt nicht mehr antworte, wenn ich weg bin. Genau. Und danach werde ich direkt euch auch wieder antworten. Und ja, aber solange werden wir uns hier eine schöne Zeit in den Bergen gönnen. Und da ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich freue mich total drauf. Und bin echt gespannt. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen wandern. Mal schauen, wie es mit dem Wetter passt. Und euch wünsche ich natürlich auch eine wunderschöne Zeit. Egal, wo ihr gerade seid. Genießt's. Macht's gut, Leute. Ciao.